Moin Moin! Herzlich Willkommen und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit bei einem neuen Kundenzufriedenheitsvideo. Das Besondere an Baufix 24 Kundenzufriedenheitsvideo ist, dass das alles echte Mandanten sind. Das heißt keine bezahlten Schauspieler, hier gibt es auch keine Vergütung und gar nichts. Und ich sage spaßeshalber seit circa zwei Jahren macht uns eine große in Hamburg beheimatete Optiker-Kette nach in Fußgängerzonen, wo sie auch Kunden befragt und meiner Meinung nach sind das Schauspieler. Bei mir nicht, deshalb viel spaß mit diesen Erfahrungen meiner Mandanten. Heute geht es um folgenden Fall. Einfach geil! Ja, wie wir zu den Handschut gekommen sind, das ist halt die Geschichte, dass wir schon mal ein Haus gekauft haben. Wir waren schon mal geknackt und haben mit ganz viel Schulden ein Haus gekauft. Da hat der Herr Gellert uns geholfen. Und durch Herrn Gellert sind wir dann zu Herrn Schütt gekommen, weil der die Betreuung von Herrn Gellert übernommen hat, von den alten Kunden halt. Und wir sind Alt- und Neukunde. Ja, unser Plan war, ein Haus zu ersteigern. Ohne zu wissen, was wir tun haben, wir einfach gesteigert. Danach mussten wir uns auf Herrn Schütt verlassen, weil wir gar kein Geld hatten. Herr Schütt hat es super hingekriegt, dass das mit der Finanzierung läuft und wir tatsächlich das Haus jetzt kaufen können. Und ich kann es eigentlich gar nicht glauben. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Einfach geil. Ja, in Götzberg Halsch. Ein kleines Häuschen mit 123 Quadratmeter Wohnfläche, ausgebaut im Keller. Ein Grundstück von über 3000 Quadratmetern. Das, was wir uns immer geträumt haben. Viel Platz, viel Land und keine Nachbarn. Total klasse. Ja, und jetzt haben wir halt zwei Häuser. Wie das so ist, weil wir eine gute Beratung haben. Danke, Herr Schütt. Schauen Sie beim nächsten Mal wieder rein. Und bis dahin, alles Gute, Ihr Ralf Schütt. Tschüss. Baufinanzierung. Schütt. cuß. Auch. Vielen Dank.